hallo meine lieben zur neuen aufnahme runde von diablo 2 na wie geht es euch ich hoffe gut ich hoffe gut ich bin langsam auch auf weg der besserung gott sei dank bis auf mein rechtes ohr macht mir noch ein bisschen zu schaffen aber sonst ist alles gut soweit so ich habe mir extra schöne käffchen gemacht und jetzt geht's los mit diablo so muss das sein doch mal gucken hier was haben wir denn alles schön gefunden bis jetzt sieht doch schon ganz gut aus was wir haben das sieht doch echt schon ganz gut aus war das gefällt mir so was haben wir hier gegen geschosse blitz treffer blende ziel verteidigung gegen geschosse und das verteid das könnte ich eigentlich im söldner so lange geben das scheint ja gar nicht so schlecht zu sein ist das ziel echt darin könnte ich dem eigentlich auch gehen wir uns eigentlich auch nicht so schlecht oder was haben wir hier haben wir hier noch was gutes sieht nicht aus hier vielleicht kann er ähnlich nehmen nein 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 das ist zwar viel verteidigung aber blende ziel und sowas das ist glaube ich schon besser oder oder so wenn dann haben wir doch hier hinten noch eine vierer rüstung so wo haben wir die grünen sachen da haben wir es ja so wo haben wir denn stehen geblieben akt 1 fertig akt 2 8 den hammer und jetzt hier suchen sie in den hallen der toten unter den verdorrten hügeln nach dem bürfel den brauche ich ja nicht in der wurmkopf unter der ferne oase also ferne oase muss ich nach dem schafft und die spitze brauche ich ok guten tag so was haben wir denn hier alles schönes hatten haben wir hier irgendwas irgendwas was wir brauchen können sieht nicht danach aus war sieht nicht danach aus haben wir hier eine schöne sockel rüstung auch nicht so warte mal wie waren denn die runen was haben wir denn hier das sieht doch ganz gut aus so also dann müssen wir außerhalb des hauses auch gleich nicht wieder die mude nicht nicht ich brauche mal das war es wieder mit meinem Söldner wieder so schön mit dem Söldner ja sind wir ja weit gekommen würde ich sagen nice nice ohne Scheiß könnt ihr Hilfe gebrauchen ja wenn der Hilfe wäre wenn der Hilfe wäre der gute Mann Erfahrung ich glaube ich bleibe erstmal auf Feuer und wie das hier Skorpione platt treten auch geht nicht der ist weit unten tank tank boah immun gegen alles wieder immun gegen alles putz ja wenn es nicht so viele sind dann kriege ich auch gesagt wenn es nicht so viele sind nicht genug Mana weg so das die Feuer ist grün ich bin überladen da kommt der Scheiß wieder hier mit dem Stein von Jorlands und ich bekomme keinen einzigen abweist ich bin schon ekel auf die Sprungfiecher hier ja ich nehme mal wie die Eise moon ich kann nicht oh no um ja der Gott bleibt ein weichen und hört zu so lange kann ich nicht bleiben oh mal was Neues fünf Prozent auf Todeschlag okay oh ich stelle meine Grenze von 500.000 abjahr unterschritten scheiße aber jetzt habe ich sie wieder hey subi so 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 macht den Tod jetzt nur dieser blötsin ne falle aber egal Komm, Pixi weg Jawoll BAM 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 Boots Boots Ja, wenn die so kommen, ist gut Wenn die so kommen, ist alles gut Und BOOM Hehehe Oh Das blöde Fieger Oha Dank Oh, da kommt Sirene ohne Ende Sie kommen mich abholen Ich gehe mir den noch umsäckchen Hä? Hä? Ach, der hat Bruder geholt, ja? Das sage ich dazu Oh, yeah Ich drehe alles kaputt Oh, ein UV Und Mark lose Und auf mich anzugreifen Ja Wir sind doch friedlich Einmal, zweimal Hey Ich finde das geil mit dem Komet Ist natürlich blöd, wenn die so schnell sind Aber In den meisten Fällen geht es ja gut Ne, hier müssen wir nicht rein Ein Zombie-Kopf Im Moment kriegt man Söldner, das ist ja ganz gut gebügelt, ne? Muss ich sagen Gefällt mir Muss ich sagen, es gefällt mir Danke Ich bin überladen Ich brauche schon wieder so voll, ey Ätherisch kann ich ja nicht gebrauchen Ich kann nicht noch mehr tragen Oh, so viel Gold, ey, geil Oh, so viel Gold, ey, geil Äh Ja Ich würde sagen Mal in die City New York City live Hallo Guten Abend Oh, da habe ich ja auch schon bessere Sachen gekriegt, oh Was haben wir hier Ja, 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 nee So, auf die Ebene 1 So So Wieder sammeln gehen Oh, ja Oh, ich bin bald 70 Ja 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 Ich bin bald 70 Jahre alt Und jetzt bam Haha Detiert Super Freut mich Oh, die sind schon ein bisschen lästig, ne? Muss ich ja sagen, ey. Muss ich ja sagen. Was? Gibt's auch gar nicht. Gibt's auch gar nicht. Wie der Komet manchmal runterkommt, der ist schon alles vorbei. Hat der Söldner schon alles hier riechen. Oh, hier nix. Nix, nix. Wir haben hier nix. Oh, da unten geht's ja auch noch weiter, ne? Ja, weil wir brauchen, wir brauchen Erfahrung ohne Ende. Ah. Soweit geht's hier weiter. Ich versteh. Ja, 1000. Oh, nee. Was geht denn ab? Was für ein Händler eigentlich? Ich will auch so einen Händler. Ich will auch so einen Händler haben. Aber ich brauche nicht so viele Ringe. Aber zwei, drei Stück würde ich mir auch gehen. Gut. Toll. Toll. Sackgassen über Sackgassen. Ich nehme sie alle mit. Ah. Toll. Ich dachte, da geht's weiter. Mal ein Schlückchen trinken, wa? Hier kann, glaube ich, im Overtude ist drin sein, aber nicht in meinem Fall. Nicht in meinem Fall. Okay. Hier, ähm, gibt es nix mehr. Die verdorben Hügel. Oh, shit. Nein, da war ich zu langsam. Fuck. Da war ich zu langsam. Ja. 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 Ich bin mir schnell mein Söldner wiederholt. Kacke. Da war ich echt zu langsam. Ich dachte, so ein Schlag auf zwei Hälter noch. Oh, so. Ja, man sollte auch hinzudenken in dem Spiel, wenn es um den Söldner geht. Äh. Ich, die Aura wird später. Wie kann ich euch helfen? in dem ich statt geld reinholen muss für den söldner alarm hat doch wieder drin ganz so lang so hier wird naja haben wir es wieder drin er muss ja auch noch lernen genauso wie ich so nun wo sind wir denn das gibt es ja jetzt nicht oder man hätte auch mal lesen sollen feuer im Mund feuer im Mund naja man hätte man lesen können Nenner und das hat man nicht dieser Tod geht auf meine Kappe nicht umsetzen Lalalala wir sind gleich wieder da lalalala wir sind gleich wieder da oh es kann so einfach gehen es kann ja so einfach gehen ich habe mich voll auf Eis eingestellt können sie jetzt nicht machen einfach muss auch feuer wechseln ich bin ja jetzt ja nicht zu regt komm mal da raus aus der scheiße mag ich ja ja nicht auch ich hab ja noch so ne liten weiter es geht ja ab Schlüssel da rein da rein okay die ebene ist mir aber trotzdem lieber weil ich finde das ist einfach angenehmer zu spielen das bratzte einfach so raus und fertig jetzt zum beispiel einfach so platz 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 nein jetzt sind die krise auch mal nicht die jump viecher nein nein nicht die springer fischer und daraus kommt daraus muss ich erst mal regenerieren regenerieren muss du dich erst mal ich kann nicht noch mehr so kann ich bin da rein sie sind schon alle dort ich habe schon mal alles hier regelt junge was nix mehr machen nur noch leben musst du leben meine güte mit mir schwachen das ist mir eine ehre euch zu dienen okay okay oh nice okay 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 Vielen Dank.